Sagt bloß, sie kriegt ein Kind, hä? Oder was ist los? Du gebierst gleich ein Kind. Tatsächlich. Wo ist die nächste Heilerin? Ich bringe dich hin. Ich brauche keine Heilerin, Schätzchen. Ich muss nur auf diesen Hügel. Den Rest schaffe ich allein. Was? Da oben hin? Und das in deinem Zustand? Ja. Wo oben hin? Wenn es sein muss, rolle ich wie ein Fass nach oben. Also nach unten geht es leicht. Wie art wirst du nur deinem Kind schaden? Ich bringe dich mit dem Pferd dorthin. Du musst mir nicht helfen, aber einem geschenkten Dänen schaue ich nicht ins Maul. Es ist ehrlos, eine schwangere Frau sich selbst zu überlassen. Warum ist der Vater des Kindes nicht bei dir? Der Vater des Kindes ist ein Gott. Mokos, der Waldgott, sah mich zur Sonnenwende und verführte mich mit einem Lied. Ein Gott hat dich gepflügt. Ja, ist das so überraschend? Wir werden verfolgt. Warte. Ja, jetzt waren gerade Wölfe. Jetzt haben sie nochmal die Diskussion über den Gott. Das war natürlich interessant jetzt. Dass der Gott die gepflügt hätte. Also es hat ja die ganze Zeit nach hier oben fokussiert. Deswegen denke ich, dass man hier hoch muss. Weiß ich aber jetzt so hundertprozentig nicht. Ja, ist das so überraschend? Maria empfing Christus durch Gottes Berührung. Und ein nordischer Gott schlief mit einem Pferd. Loki, da war ja auch gerade ein Pferd. Du wurdest aber nicht von einem Pferdegott bestiegen, oder? Nein, das war ein waschechter Mann. Ein göttlicher Mann. Sicher kein sterblicher. Aber ich habe ihn nicht bei Tageslicht gesehen. Also, wer weiß. Ein außereheliches Kind. Ich sollte es hier draußen großziehen. Nicht dem Tratsch der Stadt aussetzen. Ich dachte, hier war... Die würden sich das Maul zerreißen. Ich schlafe mit Waldgöttern und lebe in der Wildnis. Ich sollte mich Zauberin nennen. Was meinst du, Schätzchen? Ist das alles, was es braucht, um Zauberin zu werden? Es ist nicht mehr weit, Schätzchen. Du kannst mich auf den Stufen des Tempels lassen. Der Rest kommt von alleine. Auf den Stufen des Tempels. Du könntest verbluten oder von Wölfen gefressen werden. Wenn dein göttlicher Liebhaber nicht kommt, führe ich dein Kind auf die Welt. Ach, hier. Der wird kaum kommen. Ich bin fort nach unserer Begegnung. Danke, Schätzchen. Wir haben es zum Schein geschafft. Glaubst du, der überirdische Vater wird uns zu wenig grün? Der Vater ist kein Gott. Nur ein gewöhnlicher Mann, dem auch langweilig war. Er wird nichts von dem Kind wissen wollen. Verstehe. Dann kümmern wir uns um das Kind. Atme tief durch. Versuche dich zu entspannen. Das wird eine Weile dauern. Ich baue ein Zelt. Eivor kennt sie ja richtig aus. Das ist ja... Voll krass. Das hast du großartig gemacht. Ein gesundes, kleines Mädchen. Hör nur, wie sie schreit. Kriegerlunge. Ein Mädchen. Ich kenne mich nicht mit Kriegerinnen und ihren Namen aus. Was ist mit deinem Namen? Die kleine Eivor. Ermina. Ich habe überall nach dir gesucht. Bran sagte, du seist fortgerannt. Ich fürchtete das Schlimmste. Ist das... Ist das... Das ist ein göttlicher Liebhaber? Ich bin enttäuscht. Göttlicher Liebhaber? Willst du mir schmeicheln? Oder machst du dich über mich lustig? Geh, Mokos. Unsere Familien würden uns nie ihren Segen geben. Und wenn du deinen Ruf bewahren willst, vergisst du mich lieber. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mein Ruf schert mich nicht. Und wenn wir nur uns und eine Waldhütte haben, dann sei dem halt so. Eine Hütte im Wald klingt passend für eine Zauberin und ihr Kind. Komisch, oder? Die hat so getan, als ob der Mann gar nichts von der möchte. Aber naja. Die Göttin der Geburt war das. Oh, jetzt sind sie hier im Zelt. Und Eivor hat dieses Zelt gebaut. Boah, das ist ja auch richtig. Also, ich finde es erstaunlich. Der kann Zelte bauen und kann Kinder zur Welt bringen. Also, was die Wikinger damals alles können mussten.